Und dann warst du da, Georgina und Sidos Baby ist geboren Erst vergangenen Monat ließ Georgina stumpf die Babybombe platzen und verriet, dass sie und ihr Partner Sido, 44, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten Vor wenigen Stunden teilte die Influencerin nun ein niedliches Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem die Hand eines Säuglings zu sehen ist, die sich um den Daumen seiner Mama klammert Und dann warst du da, schreibt sie zu dem Bild Es scheint offensichtlich, Georgina und der Rapper haben ihr Kind bekommen Weitere Details zu der Geburt verrät Georgina noch nicht, um einen geplanten Entbindungstermin scheint es sich aber nicht gehandelt zu haben Nur wenige Stunden zuvor teilte Charlotte würdig, 46, die Ex-Frau des Mit-dir-Interpreten, ein Foto von einem Patchwork-Familiendinner in ihrer Instagram-Story, das die Twitch-Streamerin auf ihrem Profil repostete Zu diesem Zeitpunkt war wohl noch kein Baby im Anmarsch Die Schwangerschaft hielten der Rap-Star und die Netzbekanntheit lange geheim Nach der offiziellen Verkündung präsentierte die 34-Jährige aber regelmäßig stolz ihre Babykugel auf Social Media Der Bauchumfang der Beauty ließ bereits vermuten, dass das kleine Wunder nicht mehr lange auf sich warten lässt Die Schwangerschaft schien die Internet-Bekanntheit aber in vollen Zügen zu genießen Sido ist bereits Vater von vier Kindern Zwei stammen aus seiner Ehe mit Charlotte, die zwei Älteren aus einer früheren Beziehung Für seine Liebste ist es aber das erste Mal, dass sie Mama wird Ja, ist mein erstes und immer noch so surreal Wie sich das anfühlt, wie der Körper sich verändert Die Dritte spüren alles abgefahren, schwärmte sie von dieser Erfahrung auf Instagram finder scuro, glaub nicht. пока die Verknocken Das ist der deepest Ohr und 얼굴 So released Sch Balance Thailand med sel VPN sac Bitcoin und